Und, was willst du jetzt machen? Wir müssen für ihre Freiheit kämpfen. Der Film steigt ein mit einer riesigen Action-Sequenz, weil man ist mittendrin im Moschee. Pix ist in die Fußstapfen seines Vaters getreten und ist jetzt der Häuptling von Berg. Jetzt ist der Druck natürlich sehr viel größer. Es gibt nämlich einen Bösewicht, den Grimmel. Ich habe alle Nachtschatten gefangen, außer deinen. Rück ihn raus. Ich würde ihn niemals im Stich lassen. Deswegen begeben sie sich eben in diesem Teil auf die Suche nach der geheimen Welt, weil sie nach einem Ort suchen, wo Drachen und Menschen in Frieden koexistieren. Das ist wahrscheinlich eine der süßesten Flirt-Szenen, die es je in der Filmschichte gegeben hat. Los ohne Zahn, stell dich hier vor! Hicks beobachtet die Situation und gibt dann heimlich im Hintergrund Anweisungen, was er für Moves machen soll, damit das Weibchen von ihm überzeugt ist und ihn toll findet. Jetzt hat sich wirklich deutlich verändert, dass Astrid sehr, sehr viel liebevoller und zarter geworden ist. Dein Tag, Schatten. Ja, dein Name klingt irgendwie besser. Schaffe ich. Nicht. Hat dir jemand Hunger? Da geht es ziemlich ans Eingemachte und das muss ich dann natürlich am Mikrofon irgendwie wiedergeben, weil ich stehe da mit Turnschuhen und entspannt auf dem Teppich im Raum und muss aber behaupten, in meinem Körper, ich fliege gerade da oben in der Luft und kämpfe gegen Drachentöter. Hallo! Hallo! Lalalalalalalalalala! Party People! Ja, für mich, ich fand super. Also ich habe daran auch nichts auszusetzen. Wie fandst du es? Der Dritte, der setzt einfach noch einen drauf. Der ist einfach so detailverliebt. Man wird mitgenommen auf eine ganz unerwartete, süße, herzerreißende Liebesgeschichte. Das Popcorn-Kino pur. Und es ist mir noch nie passiert, dass ich bei einem Animationsfilm geheult habe. So tief geht er ins Herz. 4.